nein 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 da kommt die alte und ich wusste ich du bist bacon ja ich liebe dich richtig lieblich richtig lieblich ich bin ja das ist doch voll scheiße die map ich hasse die voll also jetzt werden euch hasst es so bin ich ein fester blog ich bin solid warte ich auch jetzt ja das bist du ich bin offen ich brenn nicht glaube ich mal so was ist gar nicht warum nicht einfach klutz blut zu holen okay und wie geht's ja ja wo bist du gerade was bist du denn ich bin ein bieten und in der mitte ganz ich bin direkt in der mitte eigentlich okay ganz oben okay ich werde ja wenig überlegen ist der los ne rennen dann weg von mir wo ist du nicht versteckt hier ach so ich sag es nicht heute ist schlecht und das ist vielleicht immer die guten nein ich bin davon steckt wo die ganzen nordblocks sind und und die nörg 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 blocks nörg und die öffnen Ich bin ja im Ofen selber, auch, ne? Ja, ich bin auch im Ofen. Mach mal ein Cover von dem. Oh, ich hab noch diesen geilen Behälter mit dem Abfusslaft drin, der ist so awesome. Ah! Also ich glaube, ich würde schon scheiße, wenn ich trinke, ja. Mega? Na? Da hat gerade einer einen... Da hat gerade einen E-Holzblock. Einen Ding geschlagen, bumm. Ähm, schluggele, hast du eigentlich, ähm... Hast du eigentlich Haare? Ne, hast du, ähm... Hast du, ähm, Optifine eigentlich? Ah! Ich bin ja tot, ich bin... Scheiße, ah, ich kann nicht mehr rennen, nein, ah! Ja! Okay, ich bin tot. Heide zu Ayana, has been killed. Hast du Heide Sieg? Ja, genau. Hast du, äh, Tutorial? Oh, hast du... Ich hab keine Optifine. Ich hab keine Optifine, nicht? Ich hab keine Optifine. Ich glaube noch nicht. Ich hab mal... Ich guck immer wieder, aber... Ist das immer was noch nicht? Ja, sache es mir dann, ne? Ne? Natürlich! Oh, du bist aber lieb. Ich weiß. Ne. Ich werde das jetzt hier wahrscheinlich eh... Auf dem Zweitkanal hochladen, denk ich mal. Oh. Weil... Ich hab nämlich in der Grund ein Freibild laufen. Und das ist, glaub ich, nicht so geil. Und wenn ich das dann... Oh! Nein! Ahaha! Nein! 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 Da kommt ja die Alte! Und ich wusste, ich... Oh, Mann, warum hab ich das ja echt gesagt, wo ich bin, Alter. Jetzt... Geh weg! Ich... Du willst mich doch gar nicht schlagen, du Kacker! Hahaha! 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 Neiiiin! Hahaha! Ich kann dir gerade so hinterher rennen. Ja, ich kann dir gerade so hinterher rennen. Hahaha! Hahaha! Oh, Mann, du blödian! Nein! 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 Hahaha! Du blöder! Oh, Mann! Hahaha! Hahaha! Oh, Mann! Ich hatte nur noch 70 Sekunden, ey! Das wär doch... Hahaha! 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 Oh, Mann! Du stinkst doch! Du bist auch toll! Hahaha! Oh, Schatz! Hahaha! 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 Oh, Mann! Ach, willst du was? Ach, willst du was? Ach, willst du was? Oh, Mann! Hahaha! 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 Hey, Mann! Wester gräbte sich da rum in ihrer Pobellnase, da weißt du, ja, mit ihrem Pobellfinger stupst du ja anderen Leute an, ja? Ne, ne! Unter mir war für noch ein Ofen, gell? Also, ich hab mich auf den Ofen draufgestellt, dass ich gerade gefestet... äh, gefestet... gefestet... gefestet hat, Mann! Warnung, gekühltes Wasser ist kalt! Hast du gerade gelesen? Ne... Du stinkst! Na ja, jetzt doch schon mit den Kill! Ne, okay, ich dachte schon! Ne... Oder? Hast du ihn geknallt? Ne, nicht? Okay... Oder? 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 Ja, du stinkst, oder? Doch, oder? Ja, ich hab den Kill bekommen! Ich hab den Kill! Ich bin besser! Ah! Deiner? Nein, meiner! Hey, ich hab 140 Points bekommen! Gut, gut, danke, danke! Okay, alles klar! Gut, dann, vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal, haut rein! Tschüss! Oh, ich bin super! Wie geil! Äh, wie scheiß! Ach, keine Ahnung! Fick dich! Okay, Schatz, wo bist du eigentlich? Ja, ich wollte doch... Mann, 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 Mann! Dann kommst du noch mal rein, oder? Geht es noch? Nein! Ach so, scheiße! Ja, dann spiel ich ohne zu Ende und dann... Spiel wir irgendwann anders noch mal! Dann geh ich in eine andere! Okay, du das würdest! Ja! Ich werd alle Leute finden, ich bitte zu Basura! Weißt du eh nicht! Ja, ja, der typisch sinnvoll! Hä? Okay, ich hab fünf Tokens bekommen! Tokens! 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 Fünf Tokens! Hm! Ja, du bist auch... Lass dir, du chillst einfach im Eck! Ach, du bist Gesicht! Ich hab euch ans Knie übergehebt und verloren! Allein und vorhanden! Du bist tot! Hm! Du bist tot! Du bist tot! Und du stehst! Hm! Arschloss! Kann man auch Melone sein? Wat? Kann man auch Melone sein? Ich glaub nicht, nein! Oder? No! I don't know! Also manchmal, was geht's glaub ich? Da gibt's auch Stunk! Wird? Ja! Okay! Nee! Nee! Nee, du bist gewonnen! Ja, ja! Bissle! Oha! Hihi! Liebe! Ich hab's nicht viel! Oh, ob euch das passt! Unsere Lieder sind unser Leben! Unser Schaffen! Unser Stolz! Oh, alter! Oh, du bist scheiße! Okay, doch nicht! Du? Na ja! Hä? Schluss mit den Leute! Was sind die Leute hier? Die Leute! Ich find keinen mehr! Ich weiß nicht, wir sind schon wieder Sexsuche, aber irgendwie, Sexsuche, okay, ähm, aber irgendwie, was weiß ich denn, ich find keinen mehr. Das Suche nach Sex. Schöne Augen. Wut. Wut. Und? Was denn? Es läuft. Juhu. Ne, ich bin gerade der Sucher, ne, nicht so ein bisschen. Ach, das tut aber interessant. ne ich bin grad am suchen und ähm wirklich ja ja und ähm ich find halt nix weil ich am suchen die problematik an der sache ne und ich find halt wirklich nix an schluss ach du scheiße er muss die ganzen leute der nähe oder spannend schreibt meine mami jetzt kurz ein sms schreibt mein papa auch ein sms einfach so das schild im Wohnzimmer und Wohnzimmer er ist warum schlau und schreibt das sie nur was mitbringen sollen wo ich die grau ach soo die ich im laden das nicht wieder heimkommt ist doch nicht so von dem Laden ich glaube das ist eine Lüge die ist wirklich eine Lüge ich finde wirklich kein Mann ist relativ kacke muss ich sagen nein nein geh weg was denn der Mensch welcher Mensch der da grad versuchen wollte mich zu töten ach so du bist grad noch drin oder wie mhm ah ok ja ich finde halt irgendwie nix mehr wir sind es nur noch acht äh acht Heide äh drei ich finde niemand mehr bedaube ist eine joke jetzt hier ich finde kein boah dann streng dich an streng dich an du bist doch ein Nudelköp 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 ich kann es gar nicht ich kann es gar nicht ablocken die neue Season mit dir mhm you know ja du bist ein Arsch ja hier verpiss dich du Nudel oh ich habe ihn angekippt und fünf Tokens ja Tokens Tokens ich hatte über 3000 hat man aber 3 Sekunden 1 Sekunde na gut dann äh tschüss und bis zum nächsten Video bis bald haut rein bis dann tschüss 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 tschüss